So und damit heiße ich herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ori and the Blind Forest Im letzten Part haben wir den Ginso Baum von seiner Unreinheit befreit Und wir sind jetzt hier oder wurden von unserem Freund Gumo gerettet Schaff ich das überhaupt da rüber Oh ja, das klappt ja Aha, kein Fahrer Das bringt ja nix Scheiße Eps Aha, jetzt Da kann ich ja unter Wasser Okay Oh, hier kann da auch Ah gut, in solchen Wasser kann er schwimmen Gut, ich bin ja immer davon ausgegangen, dass er es nicht aushält Das finde ich cool, dass er das Element auch drin hat Ist richtig schön Und jetzt läuft hier jetzt was auch noch War das jetzt nur dafür? Okay, ich schätze mal, das war's Na denn Schwimmen wir mal mal weiter Ich muss ja hier wieder Boah Was ich hier überall hin muss Na gut, das ist auch mal schön Ich brauche mir nicht zu beschweren Hab ich mal nicht so viel Stress Schnell da durch Und da ist schon wieder der erste Schlüsselstein Komm, Ori, Ori, oh Gott Oh, es lässt sich echt schön schwimmen hier so Kann man nix gegen sagen So So, das hätten wir auch geschafft Jetzt muss ich hier noch kurz warten Na, ich würde da nicht unbedingt durchschwimmen Oh shit Ist aber schnell da hoch Ach, das macht echt Spaß Mal kurz das ruhige zu haben Das heißt eigentlich Hier kurz Das ist ganz normal Oberfläche, Oberfläche, schnell Böser Fisch Tod Ach, hier kann ich nicht weiter Okay Na dann Zack Auf So, gespeichert Find ich gut Muss ich jetzt mal so ganz frech und rotzig sein Ach, was haben wir denn hier wieder Oh je Das hat viel Erfahrung gebracht So, nicht mein Freund So, musst du Ach, nicht duschen wieder Nee, nee, nee Och, mein Ohr So, nicht mehr Das war's. Ach, falscher Knopf. Ich bin doof. Ich bin so doof. Kann er mir gerne sagen, dass ich doof bin. Das nehm ich sogar an. Würde ich sogar einsehen. Und der nächste Stammbaum. Ilo, der Krächtigste der Geister, der Stärkste, der je gesehen wurde. Jetzt ruhe daher, verwandelt in einen Stammbaum. Dann absorbieren wir mal, was ist sein Licht? In der Hoffnung, dass was Gutes bei rauskommt. Boah, was soll da nicht gut sein? Du hast das Stampfen erlernt. Benutze diese Fähigkeit, indem du A drückst, um in die Luft zu springen. Dann nach unten drückst, um gewaltig den Boden zu erschüttern. Okay. Das ist ein Fähigkeiten, Fähigkeitenpunkt erhalten. Jo, geil. Da muss ich, meint hier, Stichflammeffizienz. Das probiert die Kosten der Stichflamme. Ah, komm. Ha. Okay, darauf konnte ich das auch anwenden. Das wird es schön. Das ist echt cool. Hä? Oh, shit. Oh, shit. Aha. So kann ich die Viecher jetzt auch verletzen. Das erspart mir jetzt einiges an Nerven. Jetzt kann ich auch den blöden Stein mal benutzen. Kann ich das auch hier machen? Ja, das sollen wir nämlich so alles. Das könnte ich. So. Was haben wir hier? So, Kartensteinfragment. Gut. Gut. Ach ja, das ist warm. Das ist mal schön im Gegensatz dazu, was du letztes Mal im letzten Part Was passiert ist, ist das toll. Mach mal Noah. Gut. Speichere ich nochmal hier. Obwohl, das kann ich mir doch eigentlich holen. Zack. Da ist auch hin. Bin ich jetzt wieder in der Mondgrotte? Bin ich wieder da rum und irgendwie so... Ich muss auf jeden Fall in Nebelforst. Oh Mann auch. Kommt mir hier überhaupt ohne Schaden durch? Oh ich gar nicht. Das ist gelber Wesen. Boom Bitch. Ich denk mal ich muss oben rum. Das ging ja hier irgendwie rum. Und hier unten wahrscheinlich irgendwo. Legende. Energietor. Gut, solange ich noch keinen Stammbaum verpasst hab. Es ist noch halbwegs vertretbar. So ist das für mich kein Problem hier. So zack. Dann kommen wir da raus. Ja. Jetzt irgendwie hier rum. Oder? Ja, das war sogar noch richtig. So. Ah, da hätte ich auch weg. Tja, ihr kriegt mich niemals lähmend. Gut, das wollen sie zwar nicht, aber... Ich wollte es mal gesagt haben. So leicht angemerkt, ne? Manche wollen mich halt doch... Auch wenn es nur wenige sind. Geht alle weg von mir. Der kleine Mistviecher. So. Jetzt kann ich, äh... Mach das schön vom Ginso-Baum. Und dann geh ich weiter. Ja. Hier unten irgendwo rum. Denke ich. Ich weiß sonst nicht, wie ich weiterkommen soll. Na ja, egal. Das wird man schon merken, wie wir weiterkommen sollen. Wird uns unser Spiel ja schon netterweise sagen, schätze ich mal. Oh Gott. Traurige Musik. Oh, shit. Gut, dass ich hier bin. Noch immer auf der Jagd nach dem Licht vom Hass geblendet. Ich bin schon mal nicht falsch. Ich bin schon mal nicht falsch. So. Die Zeit sagt mir leider schon, dass ich hier einen Katz setzen muss. Also werde ich das... Werde Gott das auch tun. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020